Hier seht ihr die Mensa am Turm. Das ist eine Mensa, die sich ein bisschen mehr auf regionale Küche spezialisiert hat. Das war früher mal eine Wäscherei und wir befinden uns hier immer noch in derselben Straße wie sich auch der Asta und das KWZ befindet. Das heißt, hier habt ihr in direkter Nähe zum Zentralkambus noch eine Alternative zu der Zentralen Mensa.